Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Enkeln-URP. Heute kommt die Angel-Ziel-Konzentrator. Ne, Angel-Klecks-Ziel-Konzentrator, so wie ich sie. Wieder mal eine Sniper, aber die gute Nachricht ist, ich hab mich schon erkundigt, die hat einen Spring-Tweck. Okay, getroffen hab ich ihn, aber leider zu spät. Oh nein. Darf ich leider keinen getroffen? Aber ich hab sie runtergeschleucht. Aber er ist wieder hoch. Ist da noch einer irgendwo da weg? Keine Ahnung. Ich geh jetzt da nicht runter, weil sonst erwischst du mich. Okay, nee, ich geh jetzt lieber da wieder hoch. Okay, mein Bodenvision, dann sieht er mein Visierstrahl nicht. Warte, da kommt ja gar keiner. Was soll ich denn abschließen? Der hat zwei Euro. Oh. Ich wollte gerade sagen, das lief ja gut. Mann, nee, nicht schon, wie er so ein Hydrant ist eh. Der Hydrant wird noch irgendwann kommen, weil der ist ziemlich am Ende, glaub ich. Hey, Leute, ich dachte, ich hätte... Jetzt hoffen. Aber der nervt so, wenn er einen Gegner hat, wo man mit ihm umgehen kann. Jetzt hab ich ihn. Oh, nee, der kommt nicht mehr. Hatte der so eine Reichweite? Hat der geträumt? Ist er jetzt aber... Ich finde, die Waffe ist aber gar nicht so schlecht mit dem Springer. Da finde ich, hat man was zum Einfärben, während man sich... Wie müß. Darauf konzentriert er das anders zu mir. Ja, aber ich denke, der ist besser im Raumkampf. Und weiter geht's. Wieder in derselben Map schadet, wenn wir die anderen nicht sehen. So. Ich glaube, der kommt jetzt hier jeden Moment hoch. Ich sag dir. Jetzt bin ich gebackt bei dem. Ich dachte, hä? Der schießt, aber er färbt nichts ein. Ist das in der Raum? Keine Ahnung. So ein Park, glaube ich, hatte ich schon öfter. Aber jetzt... ...war mir etwas gekündigt. Weil sich immer noch nichts rüht. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf die andere Seite. Oh Gott, da sind mir zu viele Feinde. Jetzt ist der ernsthaft da rübergegangen. Der hat gerochen, was ich hier hergehe. Ach nee, da oben ist er auch noch mehr da. Ach, war das nicht der Sniper, gegen den ich vorhin die ganze Zeit geknüpft habe? Ach, ich habe ihn noch. Was für eine Waffe hat er? Ach so, Platscher. Hatten wir den Platscher SE nicht auch schon? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass er ein bisschen leiser war. Ich muss mich konzentrieren. Näher zu bleiben. So. Jetzt muss ich aber aufs... Ne, nicht sehr schön. Okay, gut, so. Ich gehe jetzt wieder rauf. Ich setze meinen Sprinkler. Und färbt noch alles ein. Was noch zu einfärben war. Ja, das war kein Sieg, glaube ich. Ne, war es nicht. Aber jetzt machen wir den Raumkampf. So, weiter geht's. Raumkampf. Kannst du auch mit? Ja. Eine andere Map. Entschuldigung. Hast du aber nicht ge... Ist so plötzlich, dass wir rausgeploppt. Ähm, ja. Raumkampf ist eigentlich immer in einer anderen Map. Aber es fängt da schon ganz gut an. Ich glaube, ich habe ja zwei Kindes nicht mehr. Ja. Warte, wie können die schon jetzt wieder die Herrschaft haben? Alter, ich hatte sich mit dem Husten gerade eben gucken schon. Okay, jetzt habe ich hier eine Position. Da kann ich jetzt auch mal meinen Sprinkler setzen. Ich glaube, die rennen wir ja hier direkt ins Feuer. Ja, ich glaube, der wurde vom Zinkferno erwischt. Ha, ich habe immer noch ein Kühl bekommen. Was werden wir Sekunden bekommen? Nur weil ein einziges Zinkferno die Herrschaft umgefärbt hat. Ich glaube, der hat richtig schwamm noch einmal. Ich wollte doch nur mein Herrschaftsgebiet beschützen. Okay, nee, jetzt müssen wir uns anstrengen. Ich will nicht, dass die jetzt noch einen Rekord von 20 brechen, weil dann haben sie fast gewonnen. Oh, mein Team will es anscheinend auch nicht. Was weiß, was jetzt schieße ich denn da so rüber? Und der Gegner führt. Genau das, was ich verhindern wollte. Genau deshalb. Boah, das ging aber schnell. Dann können wir direkt noch eine zweite Runde starten. Und schon startet die nächste Runde. So, jetzt kommt. Noch einen Sieg will ich mitnehmen. Jetzt habe ich dreimal verdorben und ein paar, das ist nicht gut, obwohl ich das manchmal nicht so schlecht finde. So, blöde ist mir dann, wenn dann die Pinsel hinzukommen. Aber zum Glück sind wir ja nicht so weit. Boah. Ach, da sah es schon die ganze Zeit an, da neben mir. Das habe ich nicht gemerkt. Jetzt kommen die noch fertig. Nee, gut. Sieht nicht so aus. Boah, jetzt bin ich hier runtergefallen. Und er steht wieder drauf. Ich darf es nicht ordentlich abgeben. Und ich habe nicht die Reichweite. Schade. Ich hätte mich schießen sollen. Und ich glaube, dann hätte ich eh nicht getroffen. Oh Mann, ich stehe immer so weit weg. Ich hoffe, dass ihr wirklich was hören könnt. Aber es sieht wirklich nicht gut aus momentan. Wir haben zuerst die Herrschaft erlangt. Ich glaube, sie haben sie wieder verloren. Es ging schnell nach einander. Und jetzt haben wir sie wieder? Nee, halt nie. Wir haben nur aufgehalten. Ja, das war es wert. Jetzt will ich mal ein Sniper abschießen. Der nervt mich. Der soll wissen, dass es mich auch noch gibt. Wie können die denn so schnell die Herrschaft wieder haben? Kriegen die die Herrschaft denn jetzt anscheinend, nur weil ich nicht da bin? Alter, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Das denke ich wird ein sehr negativer Part, was die Ergebnisse angeht. Oh doch, jetzt wenigstens einmal. Das halten wir jetzt aber auch, wenn wir es einmal haben. Komm. Wahrscheinlich ist das mein perfektes Fahne. Schau ich mal, wo schieß ich hin, damit der hat keiner rausgehängt. Nein. Aber zum Glück, wir haben ein bisschen drauf aufgepasst. Und jetzt dachte ich fast, sie hätten sie wieder. Oh ja, sieht auch der noch aus. Wie ich bereits sagte, sieht der noch aus. Warte, warte, wie ist denn da so schlampig eingefärbt? Wie ist denn da so schlampig eingefärbt? Das war doch unser Bombe, oder? Ja, na, damit er einen sehr von mir killt. Aber ja gut, wir haben die Währschaft, das ist schon mal gut. So. Okay, ein weiterer Kill. Komm, komm mal drüber. Ach komm schon, muss das dann immer sein. Jetzt füllen wir gerade, jetzt schießen wir wieder hin. Wir ziehen die Ferne rein. Schieß es jetzt einfach davor, dann kamen sie von der Seite nicht. Ein bisschen abgeblockt, habe ich sie auch. Und ich schaue jetzt oben. Hey, da kommt gar keiner. Ja, ein Sieg? Ein Sieg, okay. Das ist toll, dass sie auch mal gewonnen haben. Na gut, also ich finde die Sniper nicht schlecht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr sie findet. Der Part war zwar nicht so erfolgreich für den Siegen, aber na gut, das reicht mir auch, dieser eine Sieg. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt mir gerne, äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich besser machen soll. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.